Das hab ich mir mal jetzt verdient. Schöne Runde zocken. Das Spiel ist immer noch Hammer. Was ist das? So sah die Feuerblume doch nie aus. Hm, wahrscheinlich nur ein Glitch oder so. Was zur Hölle? Alter, wo bin ich denn hier gelandet? Ich glaube, das ist das Videospiel. Wo? Irgendwie... Mein Körper, wo... Was zur Scheiße... Hm, Keyboard. Boah. Ich wusste gerade sowieso nichts, was ich sonst tun sollte. Ich wusste einfach. Da war ich ja. Wir haben mir ja das. Hier, wo war ich dann. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.